Hallo ihr Lieben, ich hatte euch vor ungefähr vier Wochen gefragt, ob ihr Fragen an mich habt. Und es sind ein paar Fragen zusammengekommen und die werde ich euch heute beantworten. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Mildino. Und die erste Frage... Und die erste Frage ist von Natti K. oder Netti, ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht. Was ist das beste Buch, das du bisher in 2017 gelesen hast? Und bei dieser Frage ist es so, dass ich auf den Mid-Year-Book-Freak-Out-Tag verweisen würde. Denn hier ging es genau um solche Fragen, nämlich zum ersten halben Lesejahr. Und hier war das beste Buch definitiv bisher für mich dieses Jahr Diabolik von S.J. Kincaid. Also ich fand das Buch einfach ganz, ganz toll. Es ist eine Science-Fiction-Fantasy-Geschichte. Und es spielt im Weltall und es gibt Wesen, die genetisch geschaffen wurden. Und es gibt ganz viele Intrigen. Es hat eine gewisse Brutalität auf das Buch. Und ja, ich fand es ganz, ganz toll. Ich fand es großartig. Es war eine tolle Geschichte mit tollen Charakteren, mit einer guten Story und einem ganz, ganz tollen Schreibstil. Und ja, deswegen für mich definitiv immer noch Diabolik von S.J. Kincaid. Der Andreas hat gefragt, wie ich es schaffe, ein Buch komplett durchzulesen. Ähm, ist das eine Fangfrage? Nein, also ich glaube, wenn man es nicht schafft, ein Buch komplett durchzulesen, dann ist das einfach nicht das Buch für einen. Also ich würde Folgendes machen, wenn ich es nicht schaffe, ein Buch komplett durchzulesen. Ich würde so lange rumprobieren, bis ich das richtige Genre für mich gefunden habe. Denn man hat nicht zu jeder Zeit Lust immer auf das gleiche Genre. Deswegen würde ich da mich aus dem Austesten, was mich jetzt am meisten anspricht. Das kann man ja allein schon, wenn man die Rückbände liest oder die Klappentexte, um zu gucken, okay, was spricht mich davon jetzt an. Und dann muss man sich einfach durch dieses Genre wühlen. Man muss halt gucken auf Empfehlungen oder auf Booktube-Videos hin. Okay, wie ist mein Geschmack? Wie sind die Geschmäcker von den anderen? Wer hat vielleicht in etwa mit mir den gleichen Geschmack? Und wer könnte mir eventuell ein Buch empfehlen? So habe ich das damals gemacht. Und dann guckt man einfach, was für einen am besten passt. Und mit der Zeit findet man auch seine Autoren, die man natürlich immer gerne liest, wo man weiß, dass einem das Buch gefällt. Und dann schafft man es, denke ich, auch, diese Bücher zu Ende zu lesen. Wie gesagt, wenn ein Buch richtig einen nicht anspricht, dann liest man es auch nicht fertig. Also es würde mir genauso gehen, wenn ich jetzt anfangen würde, heute Thriller zu lesen, obwohl ich überhaupt keinen Bock auf einen Thriller hätte. Dann würde ich es auch beiseite legen. Und nein, ich würde es dann lachen. Deswegen mein Tipp für alle, die es nicht schaffen, ein Buch fertig zu lesen. Wüht euch durch die ganzen Genres, die es gibt und guckt, was euch am meisten anspricht. Die nächste Frage ist von Colleen. Und Colleen hat gefragt, wie ich eigentlich zum Booktube gekommen bin. Und danke erstmal, Colleen, für deinen süßen Kommentar. Ich bin zum Booktube gekommen 2015. Also ich habe am 01.01.2015 mein allererstes Video hochgeladen. Ich habe sehr mit mir gehadert, damals ein Video hochzuladen. Ich habe das erste Video, was anderthalb Minuten ging, glaube ich, 20 Mal gedreht. Weil ich einfach nicht wusste, was ich erzählen sollte. Und alles war doof und alles war nicht cool. Und dann habe ich halt im ersten Video damals noch gesagt, das weiß ich, dass ich mal gucke, was ich jetzt hier so für Videos mache. Und dass ich mich mal austeste, in was für eine Richtung ich Videos mache. Weil es ja halt verschiedene Formate gibt auf YouTube, was man so machen kann. Und ich habe halt sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich am liebsten über Bücher spreche und quatsche. Und da ich halt in meinem Umfeld jetzt niemanden hatte, der so exakt den gleichen Büchergeschmack hat wie ich. Natürlich ist es so, dass meine Freunde ab und zu mal ein Buch genauso toll finden, wie ich es toll finde. Aber wir haben halt definitiv nicht zu 100% identisch den gleichen Buchgeschmack oder zu 90% den gleichen Buchgeschmack. Das ist eher so eine 50-50-Chance. Und ja, ich hatte halt einfach niemanden, mit dem ich über Bücher sprechen konnte. Und ich musste meinen Senf über die Bücher irgendwo abgeben. Und da ich absolut nicht gut im Schreiben und Formulieren bin, habe ich halt dann entschieden, ich mache ein Video und mal gucken, wie es läuft und ob ich Spaß dabei habe. Und den hatte ich und dann bin ich dabei geblieben. Und seitdem texte ich euch immer voll mit meiner Meinung zu Büchern. Und ja, so bin ich zu BookTube gekommen. Ich musste halt einfach irgendwie mit irgendwem einfach mal reden über Bücher, die ich gelesen habe. Und niemand wollte mir zuhören. Nein, kann man ja verstehen. Also ich möchte ja auch nicht stets und ständig mit irgendwelchen Senf von irgendwelchen Leuten zugekaut werden, der mich eigentlich nicht interessiert. Deswegen, ja, labere ich jetzt das Internet mit meinem Senf voll. Naja, so ist das. Die Anita hat gefragt, was würdest du dich nie trauen? Ich würde mich nie trauen, aus dem Flugzeug zu springen oder Bungee Jumping zu machen, weil ich ganz, ganz schlimme Höhlenangst habe. Also so lange, wie ich noch irgendwie eine Wand davor habe oder ein hohes Gitter oder irgendwas, da geht's. Also da ist es nicht ganz so schlimm mit der Höhlenangst. Aber so freier Fall. Mir wird schon oft Achterband schlecht, wenn die mehrere Loopings hat und sowas. Also das ist so gar nicht meins. Also alles, was mit Höhlen zu tun hat, würde ich mich nicht trauen. Also weder aus dem Flugzeug zu hüpfen, noch Bungee Jumping zu machen oder irgendwas anderes. Also ich, nee, nee, das würde ich mich definitiv nicht trauen. Dann haben wir hier eine Frage von Lea Ninetales und Lea fragt, welche relativ unbekannten Booktuber kannst du empfehlen? Jetzt ist die Frage, was heißt relativ unbekannt? Sind das Leute unter 1000 Abonnenten? Sind das Leute unter 500 Abonnenten? Oder sind das vielleicht einfach Leute, die jetzt nicht so im Internet und Community-mäßig unterwegs sind, dass man die dadurch vielleicht einfach nicht kennt? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich würde jetzt einfach mal gucken, wen ich so in meiner Abo-Liste habe, wen ich euch empfehlen kann von Leuten, die jetzt vielleicht noch nicht so einen mega großen Kanal haben. Und ich verlinke sie euch natürlich alle unten in der Infobox und schaut dann einfach bei den Leuten mal vorbei. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen den Philipp von Bookwalk. Dann Books Paradise. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Es tut mir leid. Sie kommentiert bei mir immer fleißig, aber ich weiß nicht, wie du heißt. Books Paradise. Schreib mir deinen Namen bitte unten in die Kommentare. Danke. Damit ich endlich einen Namen habe. Oder ich habe ihn wieder vergessen. Ich weiß es nicht. Ansonsten. Jetzt muss ich mal kurz durchgucken. Luisa von Das Bücherregal kann ich euch noch empfehlen. Leo von Dunkelbunte Träume habe ich auch immer noch gerne geguckt, aber sie macht zur Zeit auch keine Videos so richtig. Ansonsten Gabi Klemmen Books. Ich weiß nicht, Gabi ist auch schon relativ groß mit 1300 Abonnenten, aber vielleicht kennt ihr sie ja noch nicht. Unten in der Infobox. Geek with Books. Die Jackie gucke ich auch immer total gerne, wenn sie ein Video online stellt. HiHappen UHH Books gucke ich auch immer sehr gerne. Verlinke ich euch auch unten. Also wen ich auch sehr, sehr gerne gucke, ist Luisa von Magical World of Books. Mels Bücherwelt gucke ich auch ganz gerne, aber ich weiß gar nicht, ob Mel aktuell. Also seit zwei Wochen hat sie jetzt kein Video mehr gemacht. Also schaut bei ihr auf jeden Fall auch noch mal vorbei. Ansonsten. Wen haben wir denn noch? Nicola gucke ich auch sehr, sehr gerne. Ich finde Nicola sehr, sehr sympathisch. Sie hieß früher Black, Right, Red. Ansonsten Penguin TV solltet ihr auch mal vorbeischauen. Und lasst mich nochmal gucken. Steffis kleiner Bücherexpress ist auch sehr, sehr sympathisch. Die Steffi kann ich euch auch mal empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Und ja, ansonsten Sina von Wörtern gefesselt, wer sie noch nicht kennt, solltet ihr auch mal vorbeigucken. Also das waren jetzt die Leute, die mir so auf Anhieb ins Auge gesprungen sind, wo ich weiß, dass die so zwischen 500 und 1000 Abonnenten irgendwo haben. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber ja, es ist schwierig, relativ unbekannt, nicht so große Bookture da zu benennen. Also wie gesagt, schaut auf jeden Fall unten in die Infobox. Ich verlinke sie euch alle dort nochmal. Bücherterro hat gefragt, wann treffen wir uns endlich mal? Ja, ich weiß, das mit mir und dem Treffen, das ist so eine Sache. Ich wurde ja schon von Leuten, ich wurde ja öfter schon von Leuten angeschrieben mit der Bitte, können wir uns mal treffen? Und ja, ich bin da prinzipiell immer offen für, aber bei mir ist dieses Jahr so ein Durcheinander und drunter und drüber überall, dass ich es irgendwie nicht auf die Reihe kriege, mir mal irgendwie zeitfrei zu schaufeln, mich mal irgendwo hin zu bewegen. Und jetzt durch den Jobwechsel zum 1. Juni war dann ja bei mir sowieso die totale Katastrophe angesagt. Und im Moment bin ich einfach nur froh, wenn ich am Wochenende zu Hause bin und meinen Haushalt schaffe. Dann habe ich ja auch noch einen Freund und einen Hund, um den ich mich kümmern muss. Und ein Tag am Wochenende geht meistens noch für Videos drehen, schneiden, hochladen drauf, damit ich das nicht in der Woche nach Feierabend noch machen muss. Und im Moment ist es bei mir echt eine Katastrophe. Also ich kann nur sagen, gebt nicht auf, schreibt mir ruhig einfach immer mal wieder eine E-Mail oder über Instagram oder so. Und wenn ihr mal in Erfurt seid oder so und ihr habt Bock auf ein Treffen, dann schreibt mir einfach und ich verspreche in Zukunft Besserung und guck mal, dass wir uns da vielleicht mal irgendwie treffen können auf ein Stündchen, auf einen Kaffee oder so, dass ich das wenigstens irgendwie mal auf die Reihe kriege, weil mich nervt das selber, dass ich nichts geregelt kriege im Moment. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Als nächstes haben wir die Fragen von Issy Leia und sie hat mich erst gefragt, ob ich die Reihe der Auserwählten der Jahreszeiten kenne, also Morgentau, Abends, Sonne, Nachtblüte und Tagwind. Und ich kenne diese Reihe, aber ich habe sie noch nicht gelesen. Also die Niki hat sie mir auch definitiv ans Herz gelegt zu lesen und ich werde sie hoffentlich auch irgendwann nochmal lesen, aber ich weiß nicht wann. Also ich bin ja momentan noch dran am Subabbau. Ich erzähle das ganze Jahr schon immer Subabbau, aber ich kriege es nicht hin. Also ich versuche da auf jeden Fall den Sub noch wegzukriegen und dann irgendwann kaufe ich mir neue Bücher und dann werden die sicherlich da dabei sein und dann möchte ich die auf jeden Fall noch mitlesen. Also die stehen definitiv auf meinem Wunschzettel, die Bücher, und ich möchte sie definitiv irgendwann nochmal lesen. Habe ich aber noch nicht. So und Issy hat mich auch noch gefragt, wie alt bist du? So, was fragt man doch nicht. Ich bin 31 Jahre alt aktuell und momentan komme ich noch gut mit meinem Alter zurecht. Ich habe noch keine Probleme mit meinem Alter. Das wird sich irgendwann ändern, wenn die Falten noch mehr werden. Aber im Moment ist alles noch gut. Und ja, ich bin 31 Jahre alt. Ich fühle mich nicht wie 31. Ich benehme mich, glaube ich, auch nicht wie 31. Aber egal, was soll's. Issy hatte dann noch gefragt, wie kamst du auf die Idee für deinen Kanal? Ich glaube, das hatte ich vorhin mit der Frage von Colleen schon beantwortet. Aber so richtig auf Booktube, sage ich mal, kam ich über Mona Kasten. Also damals ja noch Peach Galore. Und ich habe ihre Videos total gerne geguckt damals. Sie war mir super sympathisch. Ich fand, sie hat das immer ganz, ganz toll gemacht und auf eine ganz, ganz sympathische Art. Und ich bin auch ein bisschen traurig, dass sie keine Videos mehr macht. Aber ich kann das schon verstehen an ihrer Stelle auch. Und ja, ich bin quasi über Mona Kasten, also Peach Galore, zu Booktube gekommen. Ich habe dann natürlich auch angefangen, andere Booktuber zu gucken. Man kriegt ja dann auch immer Vorschläge angezeigt. Und so nach und nach guckt man dann halt mal hier und guckt mal dort. Und sieht es dann halt natürlich auch bei anderen. Und irgendwann, wie gesagt, kommt man selber auf die blödsinnige Idee, mal so ein Video hochzuladen. Und die letzte Frage von Issy ist, was ist dein Favorit bei Bücher-Genres? Ich lese am liebsten Urban Fantasy, wie ihr auch hier im Hintergrund sehen könnt. Also Urban Fantasy lese ich am allerliebsten. Dann lese ich aber auch gerne immer mal High Fantasy wieder zwischendurch. Und natürlich Liebesromane lese ich total gerne, so mit so ein bisschen Erotik. Das muss jetzt nicht so ein übelster Erotik-Roman sein, das brauche ich nicht. Aber so Liebesromane mit so einem Hauch Erotik lese ich total gerne. Und halt New Adult Bücher. New Adult ist jetzt nicht direkt ein Genre, aber ich lese halt gerne New Adult Bücher. Also so College-Geschichten und sowas. Ja, mag ich auch total gerne lesen. Aber im Großen und Ganzen hauptsächlich lese ich am allerliebsten Urban Fantasy. Wer jetzt nicht weiß, was Urban Fantasy ist, das sind Geschichten, die in unserer Welt spielen, aber mit Fantasy-Elementen oder mit Fantasy-Wesen. Also zum Beispiel Twilight oder die fünfte Welle oder Spinnenkuss, Flammenmädchen, Black Blade. Ach nee, Black Blade ist doch Black Blade auch. Oder Karma Girl. Das sind halt alles so Urban Fantasy-Geschichten, die ich total gerne mag. Jelisi fragt, wie bist du zu deinem Hund gekommen und warum hast du dir ein Bild von deinem Hund tätowieren lassen? Ja, wie kommt man zu einem Hund? Man kauft ihn sich. Nein, also ich habe 2012 mit meinem Freund angefangen, darüber zu sprechen. Und dann haben wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Und dann waren wir beide da dafür, uns einen Hund anzuschaffen. Und dann haben wir uns 2012 unseren kleinen Stinker hier angeschafft. Oh mein Fatsi. Ja, du bist gemeint. Und ja, so bin ich zum Hund gekommen. Also ich wollte ihn haben und ich habe schon immer gesagt, seitdem ich ein kleines Kind bin, wenn ich einen Hund habe, dann wird es ein Jack Russell und es wird ein Rüde und er wird Milo heißen. Und alle, die so in meinem Alter sind, dürften den Film Die Maske auf jeden Fall kennen mit Jim Carrey. Und der Protagonist in dem Film hatte einen Hund, einen kleinen Jack Russell und der hieß Milo. Und ich fand diesen Hund immer so toll, dass ich selber einen haben wollte. Und deswegen habe ich jetzt einen Milo zu Hause. So kam der Hund zu seinem Namen. Und ja, warum ich ihn mir habe tätowieren lassen? Also ich weiß jetzt nicht, die meisten, ihr dürftet eigentlich alle die Tätowierungen hier so kennen. Ja, warum habe ich ihn mir tätowieren lassen? Ganz einfach, weil mein Hund mein Ein und Alles ist. Das ist mein Baby, mein Schatzi. Ich trage die Verantwortung für dieses Wesen. Und irgendwer hat mal diesen Spruch gesagt, dein Hund ist ein Teil deines Lebens, aber für den Hund bist du das ganze Leben. Und nach diesem Spruch versuche ich auch zu gehen und versuche meinem Hund ein schönes Leben zu machen. Auch wenn ich oft schimpfe und nöle mit ihm und ihn auch immer wieder an der Leine zerren muss, wenn er immer alles anlecken will, was er nicht darf und soll. Aber ich liebe meinen Hund halt über alles. Und versuche ihm ein schönes Leben zu ermöglichen. Und ja, weil mein Hund mein Baby ist und ich ihn über alles liebe und immer bei mir haben möchte, auch wenn er irgendwann nicht mehr bei mir ist, da habe ich ihn mir tätowieren lassen. Und das ist halt eine Stelle, wo ich ihn halt auch selber immer sehen kann, weil die meisten Tätowierungen, die man sich machen lässt, sieht man ja selber immer nicht so, wenn man sich das so hier auf dem Oberarm oder so macht. Deswegen habe ich es halt auf dem Unterarm machen lassen, damit ich es halt selber auch immer sehen kann. Und wenn mein Baby irgendwann nicht mehr bei mir ist, habe ich ihn halt trotzdem immer bei mir. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und Heavenly fragt, ähm, Gott, was fragt sie denn eigentlich? Ähm, was heilst du zum Beispiel von E-Book-Readern? Ich finde es ja schön, wenn man ein richtiges Buch in der Hand hat, aber die E-Book-Reader bzw. E-Books sind echt gut für unterwegs. Und dann hat sie noch gefragt, machst du bei der Onleihe mit? Ich weiß gar nicht, was Onleihe ist. Also, ich mache da nicht mit, ich kenne das nicht. Also, wahrscheinlich sind das so Amazon Unlimited, ist das sowas? Also, wo man sich so E-Books ausleihen kann und dann wieder zurückgibt, wenn man sie gelesen hat, für 10 Euro im Monat oder so? Mache ich nicht. Also, ich bin ein Buchleser, ein richtiger Buch-Buchleser. Und ich lese sehr, sehr selten E-Books. Also, ich lese E-Books eigentlich nur, wenn ich sie als Rätsel-Exemplare kriege. Ähm, dann lese ich E-Books. Ähm, aber ansonsten lese ich eigentlich immer richtige Bücher, weil ich habe halt lieber ein Buch in der Hand als so ein E-Book. Und ja, deswegen lese ich E-Books eigentlich nur, wenn ich sie als Rätsel-Exemplare bekomme. Oder wenn man zum Beispiel wie Grisha für das Buch, wenn man es kaufen wollen würde, keine Ahnung wie 400 Euro zahlen müsste. Ja, also Grisha habe ich den zweiten Teil als E-Book, weil das richtige Buch einfach viel zu teuer ist. Aber ansonsten bevorzuge ich immer richtige Bücher in meiner Hand als halt zu E-Books, weil ich mag das halt nicht. Also, ich lese halt auch, wenn ich Bücher lese, immer auf dem Handy, über das Kindle oder halt über das Tablet. Einen richtigen E-Reader habe ich nicht. Ich mag die nicht. Ich komme damit nicht so klar. Also, jeder, der erst einen E-Reader hat, der sagt, ach, du wirst es nicht mehr missen wollen. Aber nein, ich will keinen E-Reader. Ich möchte ein richtiges Buch in der Hand haben, auch wenn dafür Bäume sterben müssen. Es tut mir leid. Aber ich lese halt lieber richtige Bücher. Heavenly hat dann noch geschrieben, dass man, wenn man sich das Buch online ausleiht, in der Digitalversion ja Geld sparen kann. Ja, das stimmt. Aber ich lese trotzdem lieber richtige Bücher. Dann hat Jurina T. noch gefragt, was ist dein Lieblingsbuch oder deine Lieblingsbuchreihe? Habe ich nicht. Ich habe kein Lieblingsbuch und keine Lieblingsbuchreihe. Also, ich habe Buchreihen, wo ich eine spezielle Bindung zu habe, weil ich damit halt was Positives verknüpfe, wie zum Beispiel die Göttlich-Trilogie von Josephine Angelini. Das war die allererste Buchreihe, die mich so richtig wieder zum Lesen animiert hat. Also, das war das allererste Buch, was ich damals wieder in der Hand hatte, was ich mir gekauft habe, wo ich gelesen habe und sofort in die Buchhandlung gegangen bin und mir den zweiten Teil gekauft habe. Und da habe ich halt zu solchen Reihen eine bestimmte, oder zu solchen Büchern habe ich halt eine bestimmte Bindung und da verknüpfe ich halt, wie gesagt, was Positives mit. Oder die Obsidian-Reihe von Jennifer Almond Trout. Das war das allererste Buch, Obsidian, was ich von Jennifer Almond Trout gelesen habe und ich habe dieses Buch in anderthalb Tagen gelesen. Und das war das erste Buch, was ich nach Jahren wieder in anderthalb Tagen gelesen habe. Und das sind halt so Bücher, die mich sehr begeistern konnten und wie jetzt hier zum Beispiel die Twilight-Reihe, die konnten mich damals auch extrem begeistern, wo diese Bücher rauskamen. Aber ansonsten so richtige Lieblingsbücher oder Lieblingsbuchreihen habe ich nicht. Aber ich kann euch ja mal sagen, was ich zum Beispiel ganz, ganz toll finde. Ich finde ganz, ganz toll die Nachtsonne-Chroniken von Laura Newman. Überlege ich übrigens immer noch, ob ich mir die Bücher nicht nochmal kaufe mit dem neuen Cover, weil ich einfach das neue Cover so schön finde. Dann Obsidian von Jennifer Almond Trout, Dark Elements von Jennifer Almond Trout. Dann Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt, Angel Fall oder die Shatter Me Trilogie von der Harem Abis auch ganz, ganz toll. Twilight finde ich als Klassiker, Klassiker, auch immer noch richtig gut. Ansonsten Jennifer Estep hier, die Spinnenbücher kann ich euch auch empfehlen. Oder hier die ganzen Lieblingsromane, die hier stehen, die finde ich auch alle ganz, ganz toll. Aber ansonsten die Luna-Chroniken, die Luna-Chroniken und Göttlich natürlich noch. Und die Brimston-Blead-Reihe mag ich auch total. Ansonsten natürlich noch die Gestalten-Wandler-Reihe von der Lini Singh, die Wait-for-You-Serie von J. Lynn, die On Dublin Street-Reihe von Samantha Young. Und, 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 und. Also es gibt einfach zu viele tolle Bücher, als dass ich mich da jemals auf eins festlegen könnte. Jorina hat dann noch gefragt, wann hast du angefangen, so viel zu lesen? So viel zu lesen habe ich angefangen 2015. wo ich mit Booktube angefangen habe. Da hat sich das dann angefangen zu steigern. Ich habe im Monat immer so vier, fünf Bücher gelesen. Und dann kam Booktube. Dann habe ich natürlich für Unpackings, weil man die ja gerne dreht, weil die Leute das auch gerne gucken. Ich habe lange kein Unpacking mehr gemacht. Ich sollte immer wieder eins machen. Aber da müsste ich Bücher für kaufen. Hahaha. Ja, auf jeden Fall habe ich, um Unpackings zu drehen, immer ganz, ganz viele Bücher gekauft. Bei Medimops, Freebuy oder sonst wo. Und ja, dadurch hat sich natürlich mein Sub angesammelt. Und dadurch, dass ich dann den Sub hatte, ich hatte ja keinen Sub, bis ich Booktube gemacht habe, hatte ich keinen Sub. Ich hatte immer zwei oder drei Bücher mir gekauft. Und wenn ich die gelesen habe, habe ich die nächsten zwei oder drei Bücher gekauft. Und ja, und da ich dann diesen Sub hatte, musste ich definitiv mich hinsetzen und mehr lese. Ich musste ja diesen Sub wegkriegen. Und dann ist er gestiegen und gestiegen und gestiegen und irgendwann gibt man auf. Naja, auf jeden Fall habe ich halt dadurch natürlich auch angefangen, mehr zu lesen. Und dann natürlich, man kann keinen Bücherkanal haben auf YouTube, wenn man nicht entsprechend liest. Und man hat dann natürlich selber so einen Druck, den man sich auch setzt, dass man jetzt lesen muss, weil man ja sonst kein Content hat, den man produzieren kann. Und dadurch habe ich natürlich auch mehr gelesen, weil ich mir selber auch diesen Druck gemacht habe. Und irgendwann kam das dann von ganz alleine, dass ich angefangen habe, acht, neun oder zehn Bücher halt im Monat zu lesen. Das war für mich dann ganz selbstverständlich irgendwann. Und wenn du dann halt einen Monat hast, wo du zwei oder drei Rezi-Exemplare noch zusätzlich hast, dann gibst du ja noch mal mehr Gas, um die Bücher zu lesen, was ich aber auch andererseits wieder nicht gut finde, weil du dann die Bücher auch nicht so genießen kannst. Und also ich denke, ich habe für mich inzwischen gutes Mittelmaß gefunden, was die Bücher betrifft. Es gibt Bücher, die atme ich in anderthalb Tagen weg. Jetzt gerade so, was so Liebesromane und Edit-Geschichten betrifft, die ziehe ich meistens so in anderthalb Tagen durch. Und dann gibt es natürlich noch andere Bücher, wie jetzt zum Beispiel vor kurzem habe ich das Reich der Siebenhöfe gelesen. Da habe ich eine Woche dran gelesen, weil ich halt einfach jeden Tag nur so 60, 70 Seiten gelesen habe, weil ich einfach auch das Buch für mich genießen wollte. Also ich wollte da nicht in zwei Tagen fertig sein und das so wegziehen, weil ich halt einfach auch was von der Geschichte haben wollte. Also ich glaube, da muss man ein gutes Mittelmaß finden, was das Lesen betrifft. Aber ja, so viel angefangen zu lesen, habe ich, wie gesagt, so 2015 fing das so an und hat sich dann immer mehr so gesteigert. Und letztes Jahr im Juli, glaube ich, habe ich meinen persönlichen Rekord aufgestellt mit 16 gelesenen Büchern im Monat. Es gibt ja Booktuber, die schaffen das jeden Monat. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Ich hatte damals im Juli zwei Wochen Urlaub. Sonst hätte ich es nicht geschafft, so viel zu lesen. Und ja, aber ich sage mal so, zwischen sieben und zehn Büchern ist bei mir ein normaler Monat. Die kriege ich auf jeden Fall gelesen. Was auch schon ordentlich ist, glaube ich. Bei sieben Büchern hast du vier Tage pro Buch. Und wenn du einen Vollzeitjob hast und noch eine Familie hast und einen Haushalt hast, dann hast du halt einfach auch nicht immer Zeit zu lesen. Man möchte ja auch noch andere Sachen machen. Ja, so ist das. Aber es war so 2015, wo das anfing. Und ihr seht, ich schwafle schon wieder und komme vom Thema ab. Verdammt. Herbst Sonne 13 hat gefragt, gibt es eine Autorin oder einen Autor, bei welcher oder welchem du gern mal eine Privataudienz hättest? Außer Jennifer L. Armantrout. Sie kennt mich so gut. Verdammt. Ja, bei wem hätte ich denn gerne eine Privataudienz? Ich glaube, ich hätte gerne eine Privataudienz bei Samantha Young, weil ich einfach ihre On-Dublin-Street-Reihe so feiere. Und ich mag das einfach total, wie sie Geschichten schreibt und erzählt. Und ja, mit Frau Young würde ich mich gerne mal unterhalten. Da müsste ich aber vorher mein Englisch verbessern. Nalini Singh würde ich auch gerne mal treffen. Ich finde es faszinierend, was diese Frau sich alles in ihrem Kopf ausgedacht hat. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, bei der Gestaltenmantelreihe, das ist ja, jedes Buch ist ja miteinander verbunden. Also diese Geschichte hängt ja komplett zusammen. Alle 15 Bände, die es bisher gibt, die hängen alle komplett zusammen. Und ich habe mir dann gedacht, diese Frau muss entweder ein Wahnsinnsgedächtnis haben, oder die hat bestimmt zu Hause so eine Pinnwand, wo sie die ganzen Rudel aufgeschrieben hat und zusammengepinnt hat und wer mit wem und wie und was, weil das kann ja doch kein Mensch noch einfach so merken. Das ist der Wahnsinn. Also, ja. Nalini Singh würde ich auch gerne mal treffen. Ansonsten, den würde ich sonst gerne mal treffen? Ich habe ja auch schon viele Autoren getroffen, die ich gerne mal treffen wollen würde, wie Laura Laura. Also Laura Newman habe ich schon getroffen. Und das schon mehr als einmal. Und das freut mich immer wieder, wenn ich Laura sehe, denn ich finde, Laura ist so ein sympathischer Mensch und ich mag sie einfach und ich mag ihre Bücher. Und ja, bei Laura habe ich mich sehr gefreut, sie zu treffen. Laura Kneidel habe ich auch schon getroffen. Die habe ich angesprungen letztes Jahr und auf der Leipziger Buchmesse zusammen mit Bianca Iosivoni, als ich sie gesehen habe, bin ich wie so eine Bekloppte hingestürmt. Und habe gesagt, Hi, ich lese, ich habe Bücher, kann ich ein Foto machen? Die haben sich bestimmt gedacht, oh Gott, was ist das für eine Verrückte? Und dann habe ich ja Bianca Iosivoni nochmal dieses Jahr in Leipzig getroffen auf der Messe und sie kannte meinen Namen. Das war so das beste Messeerlebnis von der Leipziger Buchmesse. Bianca Iosivoni kennt meinen Namen und weiß, wer ich bin. Und hat dann auch noch gesagt, dass sie meine Videos ab und zu mal guckt. Und da war ich so, what? Oh mein Gott. Also das war so das schärfste Erlebnis für mich auf der Leipziger Buchmesse. Ansonsten würde ich sie uns gerne mal noch treffen. Jennifer Estip habe ich 2015 auf der Messe gesehen. Da hatte ich zwar keine Privataudienz, aber da habe ich mir von ihr Bücher signieren lassen. So spontan fällt mir da niemand weiter ein. Natürlich Jennifer Almond Trout, aber die war ja außen vor. Und wenn Jennifer Almond Trout, ne, Frankfurt. Dieses Jahr. Die Termine stehen. Sie ist am Samstag ab 14 Uhr bei HarperCollins. Da werde ich auch definitiv sein. Also wenn ihr mich auf der Frankfurter Buchmesse sucht, kommt Samstag um 14 Uhr zum HarperCollins Stand. Ich stehe dort irgendwo in der Schlange. Vorzugsweise vielleicht ganz vorne irgendwo. Und ja, dann ist sie ja Sonntag nochmal im Lesezelt draußen. Auf der Agora. Aber ich glaube so 13 oder 14 Uhr. Da ich aber Sonntag nicht mehr auf der Messe bin, weiß ich das jetzt gerade nicht so genau. Also für mich ist der Termin auf jeden Fall am Samstag um 14 Uhr bei HarperCollins. Da werde ich sein, falls ihr mich sucht. Und ich überlege immer noch, welches Buch ich mir zum Signieren mitnehme. Ich werde mir zwei Bücher mitnehmen. Vielleicht signiert sie ja zwei. Ich weiß es nicht. Sie ist ja auch noch dann in Berlin, in Köln und in Hamburg, glaube ich. Aber das sind alles Termine, wo ich aufgrund von Arbeit nicht hinfahren kann. Weil ich wäre gerne nochmal dorthin gefahren, weil sie gibt dort dann auch Lesungen und so. Und ja. Aber ich kann da nicht hinfahren, weil ich arbeiten muss. Das finde ich gemein. Naja, egal. Ja, aber ansonsten fällt mir jetzt kein Autor weiter ein, der nicht so gern privat audienzmäßig mal treffen wollen würde. Ich schweife schon wieder ab, wie ihr merkt. Verdammt. Herbstsonne13 hat dann auch noch gefragt, bei welcher Autorin bzw. welchem Autor wartest du sehnsüchtig darauf, dass sie oder er endlich mal wieder ein Buch rausbringt? Und sie findet meinen Kanal toll. Danke, Herbstsonne13. Bei wem warte ich denn sehnsüchtig drauf? Ich warte auf jeden Fall auf Frau Young, ihr neues Buch. Ich warte auf den dritten Teil der Heart Will Love Stories. Also es kommt jetzt wieder ein neues Buch von Samantha Young raus. Im Englischen natürlich. Play On heißt das. Aber das ist kein Teil der Heart Will Love Stories. Glaube ich. Also da warte ich auf jeden Fall auf den dritten Teil der Heart Will Love Stories. Und ich bete, dass der dritte Teil der Teil wird, wo es um Emery geht. Denn auf Emerys Geschichte warte ich seit dem ersten Teil. Und ich habe so eine Vermutung, dass Emerys Geschichte für mich wieder so der Lieblingsteil dieser Reihe werden könnte. Ich weiß nicht, warum. Aber auf die Geschichte warte ich auf jeden Fall. Dann freue ich mich ganz, ganz doll auf das neue Buch von Nalini Singh von der Gestaltmantlereihe, was im September endlich rauskommt. Da hat es dann auch ein gutes Jahr gedauert fast, ehe ein neues Buch rauskam. Ich glaube, das letzte Buch kam letztes Jahr im Dezember. Na gut, da waren es neun Monate. Aber es ist halt auch immer so, man wartet und wartet. Ähm, ich würde mich freuen über ein Buch von Marissa Meyer, der Autorin der Luna-Chroniken. Da würde ich mich noch freuen, wenn die immer noch ein Buch rausbringen würde, denn ich fand ja die Luna-Chroniken so mega gut. Ähm, ja. Da würde ich mich freuen. Oder Tahere Mafi. Würde ich mich auch freuen, wenn da mal auf Deutsch ein neues Buch kommen würde. Ich weiß, dass im Englischen jetzt ein neues Buch rauskommt von ihr. Aber da würde ich mich halt auch freuen, wenn das dann auch in Deutsch käme. Ähm, ansonsten... Ähm... Jennifer Estab kommt da jetzt noch ein bisschen was. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, Ewig Dein von Janet Clark. Und auf den dritten Teil von Angel Fall von Susan E. Die könnte auch immer noch ein anderes Buch rausbringen. Und ich finde auch ihren Schreibstil wahnsinnig toll. Also in der Übersetzung ist ja zumindest wahnsinnig toll. Also, den mag ich total. Ja, ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts weiter ein. So, und damit wären wir dann jetzt endlich bei der letzten Frage. Ich habe euch jetzt hier lang genug zugekaut. Und zwar von Emmy Loves Book Pages hat gefragt, hast du dir schon mal überlegt, selber ein Buch zu schreiben? Ich glaube, jeder Mensch, der gerne liest und viel liest, ist ein Mensch, der sehr viel Fantasie hat. Und dem spuken natürlich schon die eigenen Geschichten im Kopf rum. Ich habe tatsächlich mal angefangen, eine Geschichte zu schreiben. Ich glaube, ich habe es inzwischen bis zu Kapitel 5 geschafft. Ich glaube, es sind 15.000 Wörter, die ich da geschrieben habe insgesamt. Und, ähm, ja, die Geschichte ist aber nur so für mich just for fun. Und ein paar Freunde haben die gelesen und meine Mama hat die gelesen. Und ich glaube, die mochten die Geschichte. Ich glaube, Annika hat auch gesagt, ich soll die endlich mal weiterschreiben. Sie möchte gerne wissen, wie das weitergeht. Ähm, da habe ich aber momentan nicht so die Fiduse da dazu. Ich habe da das Durchhaltevermögen einfach nicht. Also, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn die Geschichte irgendwann mal fertig ist, dass ich sie auf Wattpad hochlade, dann kann ich euch Bescheid sagen, dann könnt ihr euch das alles mal angucken, was ich da so verprinziert habe. So unlekturiert und unkorrigiert. Aber so, ähm, richtig ein Buch schreiben, so professionell würde ich nicht. Also, ich weiß, dass da einfach zu viel Arbeit drin steckt. Da muss man auch ordentlich erst mal Geld vorfinanzieren und reinstecken, was ich persönlich einfach nicht habe. Was ich auch aus persönlichen Antrieben momentan nicht aufbringen wollen würde, weil ich einfach Angst hätte, dass ich in dieser Masse an Autoren, an Selfpublishern, die es ja gibt, untergehen würde. Und, ähm, diese Fantasievorstellung, man schreibt ein Buch, schickt es an den Verlagen, der Verlag bringt das raus. Also, ganz ehrlich, die sollte man sich heutzutage schon sowas von abschminken, diese Fantasievorstellung. Also, es gibt Leute, die haben sie noch. Ich habe auch mich mit Arbeitskolleginnen mal drüber unterhalten. Es gibt tatsächlich noch Leute, die haben die Vorstellung, ich schreibe ein Buch, ich schicke das an den Verlag und er veröffentlicht das dann. Ich weiß nicht, wo diese Leute leben, aber, ja, die gibt es auf jeden Fall noch. Aber ich, ich glaube, ich hätte einfach zu viel Angst in der Masse, die es an Autoren gibt und die es auch an guten Selfpublishern auf jeden Fall gibt, hätte ich Angst, in dieser Masse unterzugehen. Und deswegen würde ich mir das, glaube ich, nie trauen, so auf professionellem Wege da ein Buch zu veröffentlichen. Und deswegen, denke ich mal, werde ich irgendwann meine Geschichte mal fertig schreiben. Aber nur so just for fun. Für mich und meine Freunde. Und die dürfen meine Grütze dann lesen, die ich da zusammenbringe. Und, ja, aber mehr. So, und damit wären wir jetzt am Ende von diesem extrem langen Frage-Antwort-Video. Ich wollte es jetzt aber auch nicht aufsplitten und wieder zwei Videos draus machen. Das ist auch wieder doof. Deswegen ist es jetzt ein etwas längeres Video. Ja, so, jetzt höre ich aber auf, euch zuzukauen. Ich bedanke mich bei euch für eure Fragen, die ihr hattet. Und, ja, bedanke mich natürlich auch immer fürs Gucken. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Und bis dann. Tschüss.